hallo leute es freut uns dass ihr wieder zuschaut heute habe ich euch das neueste lego star wars heft mitgebracht und zwar die nummer 76 kostet 4 euro 50 ein polybag klonturbo tank ist da drin dann noch ein linia sammelkartenheft ja nicht heft so fünf sammelkarten sind da drin ja dann wollen wir mal schauen was hier so alles abgeht wenn ich meine schere finde ich habe das heft am kiosk geholt weil unser abonniertes heft noch nicht da ist und die post war heute noch gar nicht da der es hätte aber schon bereits gestern frühestens kommen sollen aber naja wobei einiges schon tage vorher hatten ja die bekommen das aus einer ganz bestimmten quelle da kriegen die das sogar drei vier tage vorm erscheinungstermin ich weiß ja auch nicht läuft alles ein bisschen seltsam hier in deutschland aber muss man sich mit abfinden so die karten das heft von vorne ohne die extras wollen wir doch mal schauen diesmal nur der tank dabei und nicht eine figur erste seite ist hier werbung für marvel für lego adventures avengers nicht adventures was red ich für ein müll heute morgen so zweites dritte seite geht schon werter es geht weil das wird sich jetzt durchs ganze video ziehen denke ich mal da ist das inhaltsverzeichnis und dann geht es los mit dem comic soweit ich das hier sehe und das sieht interessant aus das sieht sehr interessant aus zeige euch dann einen kurzen ausschnitt so dann hier für das abo das dann wesentlich später kommt als im kiosk die werbung dann geht der komisch weiter hoffen zeugter und komik dann hier das poster die köpfe die lego köpfe dann haben wir hier 500 erste legion auch nur im kopf und wo ist der rest also hier ist der rest von dem anderen teil sagt uns sagt uns unsere meinungen gibt uns deine adresse und deine e mail damit wir dich terrorisieren können drei ihr gärten und das telefon so telefonservice erledigt und weiter geht es hier mit rätseln dann kommt die aufbau anleitung für das für den tank dann haben wir hier schon mal die ersten hinweise für verkleidungen süßes oder saures dann komik aber nur ein kurzer oder das ist egal ja hier wieder fanpost und der hinweis auf das nächste ja zeige ich euch also wenn ich mich nicht irre hatten wir dieses cover bereits mehrmals zumindest so ähnlich als polybag liegt resistance rwing dabei ja also nichts besonderes letzte vorletzte seite diesen die channel werbung und die letzte seite star wars pakete ja das war es im großen ganzen mit dem heft 4 euro 50 mal sehen ob es das teil wert ist was dabei gelegen hat im moment noch wenig einzeln teilen aber die teile auf dem tisch werden immer weniger von sekunde zu sekunden nein er schmeißt sie nicht runter bis jetzt noch nicht betonung liegt auf noch keine drucke keine aufkleber gar nichts sparsam wie eh und je ja ich bin mal gespannt wann das andere heft kommt also das was wir abonniert haben das haben wir am kiosk gekauft das abo haben wir bereits gekündigt muss nur noch auslaufen ja weil ich sehe das nicht ein dass ich den vorteil den abo hat dass ich es eben halt früher bekommen ja der ist weg was will ich damit ich muss zumindest am gleichen tag bekommen nein es wird ja auch beworben dass es früher bekommst ja und dann wenn ich bedenke dass diese eine firma das eine woche fast eine woche früher bekommt bevor es der kiosk hat dann frage ich mich auch hier irgendwas läuft doch hier schief ja ganz gewaltig so das doch keinerlei teile übrig sparmaßnahmen sparmaßnahmen von lego das war die erste idee von preise erhöhen ja es trinkt sich sogar zwei das heft da ist ein bisschen widerstand dann wahrscheinlich nur ein bisschen zu eng beieinander ja jetzt drehen sich alle muss nur ein rauer widerstand da sein genau ich zeige euch das ganze mal mit meiner grauen pappe graue pappe graus fahrzeug mal sehen das ist dann gleich im tarnmosus genau so geht aber eigentlich so das ist also dieser klon turbo tank oben mit einer antenne drauf oder was auch immer ich meine als mini bild ist es okay es sind auch wesentlich größere teile als man normalerweise gewohnt ist 57 an der zahl eine figur wäre natürlich wesentlich schöner gewesen ja aber was für figuren willst du noch rein machen gibt es ja leider sehr wenige noch ja die noch nicht drin waren und die die bereits drin waren die waren schon drin die waren schon drin die waren schon drin und waren schon drin ja wenn ich noch nicht drin gesehen habe zum beispiel joda den haben wir irgendwo anders drin oder im adventskalender war der irgendwo müsste man nachgucken ja dann würde ich mal sagen wer sich für star wars interessiert und sowas in seiner kleinen sammlung noch haben möchte für den ist es empfehlenswert also ich würde es nicht extra deswegen kaufen 4,50 euro da kriege ich zwei sets und habe noch 50 cent übrig von anderen firmen zum beispiel von kovo ja ich würde mal sagen wenn euch das video gefallen hat daumen hoch abonniert uns und wenn ihr die klingel benutzt dann erfahrt ihr auch wann bei uns neue videos sind ja das war es im großen ganzen wir verabschieden uns mit nächstes was hübsches baut was schönes spaß muss es machen wenn euch sachen spaß machen die uns nicht so gefallen zwei daumen von mir und wir sehen uns im nächsten video tschüss tschüss Vielen Dank.